Stoße im Verlauf eines Matches einen Purzelbaum oben und bringe einen Rollbrocken ins Rollen. Das ist ein neuer Woche Nullauftrag und ich kann hierfür empfehlen einfach mal ins Schneegebiet der Karte zu gehen. Denn hier oben gibt es überall diese Rollbrocken und auch natürlich diese Purzelbäume. Ich werde jetzt einfach mal direkt hier vorne landen, wo auch diese Tankstelle und rote Brücke ist. Hier sehen wir auch schon, das sind die Purzelbäume. Und dort oben sehen wir auch einen Rollbrocken. Also hier können wir es wirklich ganz easy machen. Ich markiere es mal ganz kurz und wäre auf der Karte dort an der Stelle. Und so, ich lande einfach mal jetzt hier und haue einfach mal kurz den Baum klein und zack, hätten wir das erste schon fertig. Jetzt rennen wir kurz hoch und dann bauen wir einfach mal diese kleinen Steine darunter ab von diesen Rollbrocken und zack, der rollt runter. Und der Auftrag ist halt abgeschlossen, also wirklich super einfach. Ich war jetzt genau hier bei diesem kleinen Hügel in der Nähe von Rave Cave und tiltet und so einfach geht es auch schon. Diese Rollbrocken findet man überall, ich glaube auch dort hinten, ja da sieht man auch nochmal einen. Die sind überall hier verteilt und auch diese kleinen Purzelbäume sollte man hier überall finden. Da vorne wäre jetzt nochmal zwei, da ist auch nochmal zwei. Also an sich wirklich ganz einfach und das war es zum Auftrag.